Oh, guck mal hier, Signalpistole, nehm ich mit. Oh, hier Pilze. Magic Mushrooms. Magic Shrumsen. Was haben wir denn hier? Infektionszahlen, Inzidenzwert hier im Park. Muss man natürlich alles analysieren. Oh, was ist das denn hier? Drohnenbatterie. Oh, guck mal hier, der gute Wein. Der gute Noir. Oh, der gute Plonon, Noir. Noir. Parlez-vous Noir? Parlez-vous Noir? Oh, hier ist 8 und Bären. Oh, Moment. Ist das hier ein Haufen? Das ist ein Haufen. Ist das... Oh, der riecht aber sehr stärkehaltig. Ist Kartoffel drin? Da sind Kartoffelreste und, warte mal, das ist Heidelbeere. Zeig mal die Zahnlücke. Zeig mal hier. Ne, das ist Blaubeere. Blau. Du siehst aus wie eine Kaschballefigur, wenn man so nah an dich rangeht. Als hättest du irgendwie so Holzpuppe im Augen. Du siehst aus, als hättest du irgendwie... Ja, du bist auch so... Keine Mimik. Holzgesicht, ey. Holzgesicht. Da ist kein Leben in deinen Augen. Soll ich meinen Bigfoot-Schrei mal machen, irgendwie? Ja, mach doch mal einen. Bigfoot-Schrei! Guck mal, er hat reagiert. Hast du gehört? In der Ferne hat einer... Boah! Da hat jemand sich übergeben, wahrscheinlich. Ich hab eine Signalpistole... Boah, was ist das? Was ist... Alter! Der Baum! Die Natur will uns umbringen. Die Natur will uns töten. Ich weiß nicht. Alter, eine Nachtsichtskamera und ein Megafone. Alter, Alter! Oh, G17 ist durchgeladen. Oh, oh. Ich hör was, ich hör was. Oh! Alter! Oh mein Gott! Kann der hier rein? Hat der eine Schaufel? Der hat... Kreis, hast du irgendeine Idee? Schieß ihm in die Fresse! Schieß ihm in die Fresse! Alter! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr hattet doch... Oh mein Gott! Boah, verdammt! Schieß oder so! Au, au, au! Ich schieß jetzt... Oh mein Gott! Oh Gott! Was macht er mit mir? Ich glaube, er hat mich! Ah! Ah! Er verprügelt mich! Ich bin kaputt! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir müssen hier raus! Nimm dir die Knarre! Nimm dir alles, was geht's! Nein! Warum hast du es schon wieder an? Vielleicht gibt es... In dem Village gibt es vielleicht Munition oder so. Oder Menschen, die uns helfen. Wer hat denn das hier in den Baum gesägt? Bigfoot irgendwie als Kettensägen-Schein gemacht? Nee, der hat... Das hat er durchgeprügelt. Einen Faustenschlag. Ich glaube, es kommt hier rein. Ich weiß es nicht. Komm, wir hier! Eine Bigfoot-Doku! Eine authentische Bigfoot-Doku! Oh ja, da ist er! Der Mann im Wald! Ah! Aha! Ich habe viel gelernt über diesen kleinen Streifen über Bigfoot! Große Foot nannte man ihn damals. Die Indianer nannten ihn Große Foot! Wollen wir den Van? Alter, was steht denn da drauf? Hopeless! Keine Hoffnung! Camp, keine Hoffnung! Camp Free Candy! Camp Free Candy, ja! Da hast du deine Sommer verbracht, ne? Ich hätte gerne die Shotgun, ja? Ich hätte gerne die Shotgun! Damit würde ich ihm ordentlich Beine machen. Wow! Was denn? Das war ich nicht. Hier ging auf einmal ein Telefon los. Hast du dich gehört? Nee, bei mir gar kein Telefon. Alter! Er hat sich nur ein Straßenschild geholt. Ey, der hat sich ein Straßenschild geholt. Was ist das für ein Penner? Oh Gott! Oi, 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 oi! Ah! Ah! Was macht er mit dir? Was macht er mit dir? Er macht was mit meinem Gesicht! Oh mein Gott! Ich geh' wieder an die Gitarre! Bitte lieber Bigfoot! Lang mir nicht ans Ei! Bitte lieber Bigfoot! Sei doch nicht gemein! Ich bin draußen, ich bin draußen! Ich glaub, es hat funktioniert. Ich mein' ja hier diesen Waldpfad weiter runterwandern. Ja, da kommt, bam! Parkregeln! Keine Masturbation im Container! Ja, ist ja auch für mich ganz klar und ersichtlich. Ja, der Zug ist abgefahren, ne? Was ist das da links? Guck mal, da hieß ne Hütte oder so da oben. Irgendwas läuft da. Die alte Plantagenhütte. Unten an der Baumschule von Wawa Willi Hill. Hunting Tower 3. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Oh Gott! Hol mich runter! Hol mich runter! Wie? Wie denn? Was war das? Alter, du bist in so ne Falle und die hat... Alter, was ist das? Gibt's hier Eingeborene? What the fuck? Der ist ein scheiß Predator! Oh, hier ist weißer Kot. Guck mal, hier ist doch Whitechiss. Oh ja. Das ist ein richtiger Whitechiss. Schmeck mal ab. Was schmeckst du raus? Hm. Hm. Kalk. Kalkig. Sehr. Ja. Kalk lastig. Hm. Deswegen wächst ja auch keine Kresse. Nee. In dem hohen Kalkbehalt. Das ist relativ trocken hier in der Gegend. Guck mal, ich hab einen Kot gefunden. 5113. Okay. Weil sonst gibt's ja immer so diese stadtbekannte Arschkresse. Ja, ja. Ja, klar. Die wächst ja hier. Aschenarschkresse nennt man das auch. Aschenarschkresse? Guck mal, hier sind die Fakten hinterm Vorhang. Mit der neuen Sendung. Fakten hinterm Vorhang. Haha, ich wollt's grad sagen. Das klingt echt wie so eine Fernsehsendung. Fakten hinterm Vorhang. Heute wieder bei Fakten hinterm Vorhang. Was macht die Nachbarin? Das interessiert die Nachbarschaft. Das interessiert die Nachbarschaft. Bei Fakten hinterm Vorhang. Doch, ich stelle gegeben. Oh, oh. Er ist reingelaufen. Schnell, schnell. Ich bin acht. Ich kann dir nicht helfen. Ich hab keine Heilgegenstände. Oh nein. Er hat ne Gitarre. Er, er, er Hendrixt mich. Er hat ne Gitarre. Oh nein. Ich werde hier verbluten. Er prügelt uns mit der Gitarre. Ah. Was macht er jetzt? Was macht er mit mir? Er hat ne Gitarre. Er Hendrixt dich. Alter, er hat mir die Gitarre in die Fresse getreten. Er hat dich getont. Hendrixt. Nein, da ist er. Oh Gott. Oh Gott, was macht er mit dir? Alter. Alter. Schau, dass man hier so einen Kofferraum nicht looten kann. Was war das? Was ist das? Das klingt wie, als würde jemand Tennis üben. Ja. Müsste jetzt aber noch kommen. Oh Gott. Aber da ist Pickford. Was? Du hast gesehen? Hinter dem dicken Baum. Er war zwischen der Hütte und dem Baum. Er ist da spazieren gegangen. Nee. Doch, 100 pro. Hat er einen Tennisarm? Da hinten. Da läuft er. Hast du ihn angeschossen? Kommt der her? Ich hab ihn getroffen. Ich versteck mich hier im Klo. Pickford. Merkwürdiges, oder? Das riecht hier irgendwie wie Kartoffelsuppe. Fühlst du, hier riecht es so ein bisschen merkwürdig suppig? Ich hab ne Kerze angemacht. Kann man eigentlich durchs Fenster irgendwie springen? Alles klar. Ich hab ne Judo-Rolle durchs Fenster gemacht. Alter, den Vorhang hier. Was ist mit dir denn los? Kann ich auch wieder rein so? Kann ich hier klettern? Kann ich Parcours? Alter, der Opi. Guck mal, zack. Ich hör was im Wasser. Hörst du das? Wow, wow, wow. Da wäscht doch jemand seine Eier. Wow, wow, er hat nen Knöppel. Hater. Was ist der große Trick? Ich kann dich nirgendwo finden. Ich hab Rubis Tagebuch gefunden. Hab es gelesen, aber nicht mitgenommen. Und wenn wir ihn später sehen, sag ich dir, was ich gelesen habe. Triff dich beim Wasserfall. Wow, was machst du? Der Opa ist bereit. Ich roll mich hier durch. Ich bin so ein richtiger Rambo. Ich bin Grambo. Das ist der alte Rambo. Oh, Grambo. Wow. Was passiert? Alter, das rote Telefon. Der Präsident ist dran. Der Präsident, hallo? Ah, wir haben ihn gefunden. Wah, 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 wah. Ich hab jetzt nen Paarungsruf mal gemacht. Und ich rieche auch Urin am Baum. Riechst du das? Ja. Das ist doch ne Note. Könnt ihr aber... Naja, das riecht aber nach... Ne. Maximal zwölf Jahre alt. Also... Wow, 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 Steine. Hast du gehört? Ja. Ich kommuniziere jetzt mit ihm. Dreimal klopfen heißt... Deine Mutter ist heiß. Was war das? Ich glaub ich hab nen kleinen Fuchs gehört. Oh, hier ist ein Wolf. Greis, bei mir ist ein Wolf. Oh, was ist das denn? Ein Bär! Bär! Hilfe! Hinter mir ist ein Bär, ein riesiger Bär. Der Bär frisst mir die Fresse weg. Ich werde von nem Wolf. Oh, Wolf ist tot. Oh, ein Bär ist auch tot. Oh mein Gott. Mein altes Herz. Woodge Bär bockt aber von hinten. Greenwash. Er spielt wieder hier. Cricket. Hier sind wir wieder. Er spielt wieder Woodcricket. Hörst du es? Was war das? Was war das? Oh, da kommt voll der Saft aus dir raus. Au. Aha. Oh, kleiner Tobi. Geht's dir gut? Oh Gott. Oh, das brennt. Hast du zufällig eine antibakterielle Creme? Ich hab nichts. Ich hab 45 Heilungen. Mehr hab ich nicht. Mit dem Spray? Warum? Warum machst du sowas, kleiner Tobi? Aber ich wollte doch das Lied spielen. In unserem Feriencamp. Da spricht man nach den Ferien nicht drüber. Ne, das macht man auch nicht. Was im Camp passiert, bleibt im Camp. Denn wenn der Partner ins Gefängnis kommt, haben wir nie wieder Ferien. Dreh das Ding. Es muss noch gedreht werden. Er hat ne Gitarre. Er hat ne Gitarre. Oh mein Gott. Er will uns Lieder vorspielen, die Sau. Oh Gott. Er mag mich überhaupt nicht. Alter, man kriegt ja gar nichts an Erfahrungspunkten. Nichts. Nichts kriegt man da. Nichts. Ich schulde dem Spiel noch Erfahrungspunkte. Ja. Ja, ich würde sagen, wir verstecken uns hier auf dem Klo und sammeln unsere Kräfte. Ja, würde ich auch sagen. Machen wir mal hier. Schöneres, als mit einem schwarzen Mann die Nacht auf dem Klo zu verbringen. Eine schöne kleine Kackpause ist immer gut. Nur ein bisschen durchstuhlen. Also Leute, lasst eine Bewertung da beim nächsten Mal. Vielleicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht kriegen wir die Sau endlich dran für seine Straftaten. Er wird sich auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen hochheilen für seine Straftaten. Er lebt in der Natur und macht nichts. Ja, klar. Dieser Bio-Terrorist, der muss weg. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Wiedersehen. Untertitelung. 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 BR 2018